Ja Freunde Willkommen zurück hier bei Trials Fusion Na ok Wo waren wir denn stehen geblieben? Was haben wir denn? Na wir noch keine mehr. Achso das war ja die Ausdauer Expedition genau luftiges Wagnis genau das haben wir Eiskletterer Wir haben leider nicht Freischalten Trainingsprogramm 4 Haben wir da doch gemacht Trainingsprogramm, wahrscheinlich ist das alles hier Trainingsprogramm Ja Da reicht's nicht mit bronze da müssen wir wahrscheinlich silber holen wir haben nur drei mit silber So Ein oder andere Strecke das ist Zum Ja wir kommen dich zum All das Ja lad mal hin Mensch 17 Fehler 151 Weil sie jetzt strecken die bricht du dir echt mal was weg Wenn das die ähm Das war das ist eine Nummer für sich ey Das ist echt eine Nummer für sich Ja machen wir kommen wir nehmen jetzt erstmal nochmal die Expedition Ja 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 Es ist ja jetzt auch noch Coto Coto Cot Ja 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 nein okay aber das gibt es doch nicht du kommst du bist voll verkackt der kopf ist gut ist gut richtig ab ich kann noch ein bisschen anlaufen vielleicht schaffen wir es dann wir gucken wir weiter nach dem rückwärtsgang kommt brauchen definitiv okay jetzt du bist das ist ein bauer der rollt ich hab zwar rückwärts gegangen die ganze zeit drinnen aber der hätte ja auch hinten den baum wieder hochrollen können da der schwachsinn ich kann ich krieg einen anfall ach das ist ah Kasper ja sicher ja oh man oh man bauer eh oh oh ja das gibt es doch nicht man so bis dahin bin ich wieder ja das war wieder dieses baumstamm hier ja das war wieder dieses baumstamm okay okay der arsch muss hinten sein und da muss ich den ähm nach vorne reißen ja so ja nicht okay 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 dann schieße ich mich gleich ab ich weiß dass ich mal halb da hochgekommen bin ja das ist ähm Ah, wieder nach vorne. Äh, das gibt's nicht, Alter. Wer kommt denn auf so Schwachsinn? Ja, das ist unmöglich. Wie ist es? Ja. Oh, 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 oh. What the fuck? Also unmöglich ist es nicht, sonst hätten sie das ja nicht gemacht. Ja. Alter Verwalter, ich hab's ja geschafft. Wow. Ähm. Idiot. Oh, der, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, la, 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 la. Na, vielleicht versuche ich aber auch nur... Nein. Ja, der, äh. Ja, ähm. okay das war dann wohl einfacher von da aus dann darüber als versuchen von da oben vom baumstamm aus obwohl das vielleicht möglich wäre aber nicht mit so einem mammut der muss hat gesuchtet haben wer da jetzt ist das nächste die nicht die nächsten levels reinschalten das ist dann so eine sache für sich was habe ich denn für 43 ach so das war das mit den punkten wo haben wir denn hier diese dieses ach so dass das könnte man ja auch noch mal machen wir hatten zwar nur silber aber hier dass das das kapiere ich nicht wie man da irgendwie kommt man nicht drum umkommen wir versuchen zu einfach machen mal ja ich sage jetzt mal so klar dass ich dann irgendwo mit gewissen aufnahme und ich muss schon durch immer so wegschneiden weil ich so viele versuche aber der wahrscheinlich schon mitgekriegt aber das ist hier ja die frage ist jetzt komm ich nehme jetzt einfach mal es ist halt nicht immer so einfach wenn ich jetzt ich sage jetzt neben level habe ich jetzt hier auch bronze und und silber wenn es aber nicht möglich ist von den punkten her ich werde das jetzt natürlich jetzt auch nicht die ganze zeit spielen nur um dann die levels freizuschalten dann ist mir dann zu modern da habe ich was besseres tut ich habe noch ein anderes netzwerk was ich für euch fertig machen ja hier werde ich natürlich jetzt ja das war schon gar nicht mal so schlecht ich müsste vielleicht vorher damit ich nein warte du sollst okay oh ja 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 what the fuck oh nein ich muss gleichmäßig drauf kommen alter ja man geh mal nach hinten auf dein scheiß moped du penner oh man dein ernst ach das gibt es da nicht alter jetzt bin ich schon so weit ich habe aber keinen bock jetzt wieder von vorne anzufangen man kommt jetzt natürlich mit rückwärts ach nein was jawoll alter glück gehabt na mensch ja geil du schlägst nerfi wow man muss ja manchmal echt mal glück haben was passiert jetzt sieht das muss ich mir jetzt angucken okay das war alles jetzt bin ich weg manche sachen muss man ja ich mal glück haben alter 235 29 wow ich hatte glück ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte glück so bei manchen sachen musst du silber haben das ist einfach unmöglich vor allen Dingen wenn du das nicht hast ja so ein gewisses level dann kannst du das hier auch nicht freischalten hier steht auch nicht so und so viel muss jetzt noch gemacht werden oder das hast du erreicht nein du musst echt ja was ist der fsm adventure was aber wahrscheinlich kaufen naja max kaufen ne kaufen tue ich das ganz bestimmt nicht also es sind andere levels die man alle kaufen kann langweilig wird das in dem spiel definitiv nicht da steht absolviere der vater aller kater ja wenn ich da rein könnte könnte ich natürlich absolvieren klub der experten ob man da jedenfalls reinkommt hat nichts auf einer anderen hand was soll dann das so ich werde jetzt einfach mal ja wir haben noch einiges hier was nicht bis ich denke mal wir müssen alles auf volle pulle haben also überall gold sonst kommen wir da nicht weiter und es ist eigentlich schade das als der test zu beenden ich werde das aber irgendwie jetzt einfach mal beenden ich werde das schon durch wahrscheinlich noch mal das ein oder andere versuchen aber das ist ich habe keinen bock mehr da ein abzukrebsen ganz ehrlich das ist mir da ist mir meine laune erstens zu dings und zweitens ne 6 35 17 was war das will ich das gerade wissen wo ist denn diese ausdauerstrecke wo man eiskletterer ich habe das hat hier ja ich glaube da versuchen wir noch mal dran jetzt ja ja komm ich nehme jetzt einfach mal diesen netten dieses mette moped hier ich muss sagen dass der let's play hatte ich so lange mal ein langes her dass ich das aufgenommen habe ja das war schon mal voll für den arsch und ich denke mit zeit alter was ist das der typ ist dumm der ist aber nur dumm ja hoch nein nein ach du ach ist das ein lauch ey ja und ich dachte das bringt sich jetzt das na hör doch mal auf es wird aber ein arsch nach oben arsch nach oben ach der typ der das ist ein bauer ist dann ey also eine behindertenecke na das war jetzt natürlich wieder zu feste also man muss da sachlich vorgehen ich bin froh dass ich das jetzt das let's play jetzt raushauen kann weil dann muss ich mich nicht weiter abquälen jawoll ja aber ach mensch du behinderter pisser ey das ist aber so eine scheiß ecke da ja und hoch jawohl ne 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 zählt nicht das ist käse mit erdbeeren also ich werde das definitiv nicht versuchen die anderen zwei level auch noch das war leicht ich weiß war jetzt schon wieder holies kommentar ja also ich hätte das auf jeden fall nur versuchen gemacht und getan ja genau vor allem du holi dann hol dir das mal spiel und dann mach das mal und dann gucken wir mal dich will ich sehen machst du das da ja ja oh nein 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 ich war doch so man okay ich muss das nein ach ist das okay hier also da ja und hoch genau ist das ein bauer ey ist das ja lernt ja 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 nein oooohh 28 fahrs war so ich hatte nerfes fast mit 2 30 manche stellen die du anspringst gab es am anfang level ja jetzt macht er wieder einen auf selbst von selbst von der aerobik für arme ja man denkt dann hast es also besser vielleicht aber nur vielleicht zwischendurch noch mal um vielleicht das level noch zu kriegen aber ich denke nicht ja das sieht gut aus da ging eine luft das gibt es doch nicht jetzt scheitert es an dieser blöden dingens da gas geben mit mit genau mit dem hinterrad und weiter und weiter und weiter jawohl und und jawohl er bin den tod also es ist ich hatte jetzt aber schließlich komplett weg ist das ist ein penner jetzt kommt an dieser stelle nicht weiter ich könnte kotzen alter dieses spiel trotzdem danke nervi war sehr feiner zug von dir da war zu sponsern ja nervi ich muss sagen ich vermisse ich na na oh nein 30 war fast ja komm ich speichere den neuen rekord mal ab aber so ein level haben so ein level haben wir ja noch mal benötigt für gold 70 alter 0 0 te 0 0